So, meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Thamer Frontier. Ja, in der letzten Folge haben wir Leon mal ein bisschen aufgebimt, sind in ein neues Gebiet reingekommen und haben Koremon zu Argonmon digitieren lassen. Wir machen jetzt einfach mal weiter hier. Was ist denn Logging Rewards? Huh, huh, Logging Rewards. 30,55 für Lillimon oder was? Pass all the Thamers in the Digifactory. Da wart schon in der Digifactory. Uh, das war ja voll schwierig, ey. So, take that care and leave. Nimm die, okay, und geh. Geh einfach, geh mit Gott. Lustig, hey, come in. Up, wir wollen uns zu Level 80. Machen wir doch. That is no problem. Zack. Wie, wie jetzt? Wieso geht das nicht? Wieso komme ich denn jetzt nicht Level 18? Jetzt auch nicht, weil mein Thamer level muss. Oh nein, da müssen wir ja Dailies machen, Leute. Ja, dann machen wir Dailies halt. So, kein Problem. Ist ja kein Problem. Ja. Quests. Quests. Use Katcha. Got to. Got to. Geht wieder eine Minute. Okay. Ähm. Challenge in Thamer in Dark Tower. Machen wir das einfach. Transfer. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an und gehen jetzt in den Dark Tower. Wenn wir überhaupt da schon reinkommen in Thamer 15. Hallo, Ikako, man. Oh, er hat ihn bekommen, der Typ hier. Aber ich kenne den, das Digimon kannte ich auf jeden Fall nicht. Aber ich habe es schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. So, Modify. Gib mir den Modify. Modify. Wieso ist denn mein... Warum er noch nicht resetet? Hallo, reset. Resetten gerade das Ganze mal hier. Mein Gott. So. Das ist mein Team. Aber den packen wir nach vorne, weil der am stärksten ist. Ähm. Komm her, Monacalla. Monacalla. Den holen wir weg. Und paunen wir weg. Bam. Magatumon, hauen wir auch weg. Bam. Und den auch. Ich mache nur Dailies, Leute, ne? Also wir werden jetzt nicht auf uns weiter, wenn wir hier arbeiten. Äh, hocharbeiten. Weiten. Das machen wir irgendwann mal. Das ist ja genauso wie die Lithophore Route hier. Den claimen wir mal eben hier. So, zack. Wieso kommen da Pokémon-Sounds? What the fuck? Äh, wir gehen weg. So, weil diese Dailies haben wir jetzt beendet. Dann machen wir weiter. Den können wir noch nicht mal. Defeat Darkmaster Twice. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ah ja, warte mal. Ne, kann ich noch nicht. Hier, Social, nämlich. Ich habe bestimmt noch ein paar Leute, die mich enden wollten, oder? Game Slayer und Kanagran. Komm, accepte. Dann hier, komm. Da, da, da. Gacha. Ich kann Gacha machen. Gacha. Da, da. Und wir bekommen... Dann... Ein Godzimon Card Chart. Ja, aber im Sohn gibt es hier auch nicht viel. So, den Darkmaster Twice können wir nicht machen. Pushed any item in der Digi Shop. Das können wir aber machen. Und zwar... Hol ich jetzt einfach einen Digi-Weiß. Dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. Defeat Dark Twice. Finish to Bounty Quest. Ja, genau. Bounty Quest. Das ist Miss Minamokshan. Defeat one opponent in Digi Arena. Catch a Pokémon in any room. Reset any Digimon three times. Passing Reset any Digimon. Reset? Reset. Defeat one. Blah, blah, blah. We're complete. Vitale Stars. 100 Crystals. Catch a big one in any region. Defeat one opponent in Digi Arena. Komm, wir machen das einfach. Das. In Digi Arena. So, gehen wir im Format Challenge in die Digi Arena. Welchen holen wir uns denn? Level 15, Level 15 plus 1400. Wir nehmen uns einfach den hier. Let's go. Hauen wir den weg. Da hat ich nur einen. Nein. Das ging ja schnell. Bounty Quest, fertig. So, eine Bounty Quest habe ich. Ach, Quatsch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, fucking again, ey. Cancel, nein, Quests. Challenge, Challenge, Opponent in... Ah, noch einmal. Okay. So, claim Rewards. So, complete. Jetzt müssen wir reset nach any demon three times. Okay, ich glaube, ich weiß was Was die meinen Ähm, aber wir machen nochmal eine Challenge Gehen nochmal in die DJ Arena Und holen uns sehen hier Los Fight Fight Fight, Fight Jawohl, der hat auch noch einen Und tschüss Aha So, dann heißt das, wir haben diese Quest auch fertig Und jetzt müssen wir Digimon Resetten Das ist aber glaube ich nicht so Wie ich mir das gerade vorstelle Reset, was ist ein Reset Level Up, Training, Galerie Reset Ah, ja, doch hier Stärke hat es hoch und Speed auf 31 So, das ist Feuer Bla, 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 blub, 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 blub Oh, plus 502 Geh nochmal mehr auf Ja, auf Spezial Attack Aber da geht der auf minus 400 Bla, bla, bla Jawohl Das sieht doch noch was aus Geil So Jetzt haben wir das auch gemacht Bounty Quest So Hier finde ich die Bounty Quest Wir haben drei Stück gemacht Claim Rewards Und bekommen die drei wieder zurück Das ist doch Fein 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 Quest 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 So, was müssen wir noch machen Kapsel Die Feed Darkman können wir nicht Beikons With Crystal Ja Okay Machen wir Erledigt Mh Gutshot Station Geht nicht Twice Die Feed Darkman Twice Geht auch nicht Schöne Thema In Contest Twice Die haben wir auch fertig In Contest In Contest Can ich auch noch nicht machen Cool, dann haben wir das fertig So, sind Level Up Zack Level Up Jawohl Zack Und wir sind Level 18 Und können jetzt Geschmiert weitermachen Sauber So, wir sind Level 18 Und können unsere Digimon auf Level 18 bekommen Level Up Level 18 Zack 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 Level 18 Ich liebe dich Vimon Head Nö Biomon Level 18 Wieso Vimon Head Nö Gatomon Level Up So Zack Die Bohne Wir können aber nochmal eben Digimon Argimon Break 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 Auf Blau machen Weil da haben wir ja auch genug Ja Ach, was tue ich denn da Scheiße Das wollte ich gar nicht Na ja Habt ihr aber gesehen wie schnell das mit den Dailies geht, ne? Unfassbar, oder? Ach, schon wieder Level Up Wo schon mal geht das Ja, ich brauch den hier So Argument So Warum ist hier keine Muggi Ja, keine Ahnung Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück in die Factory Wir haben vier Stück auf Level 18 Bin jetzt schon auf Level 19 machen Geht voran, Leute Geht voran Wenn auch nur schwach, aber es geht voran Und ich denke mal in der nächsten Folge werden wir uns mal darum kümmern Argimon Garbimon So zu entwickeln Auch wenn es dauern wird Es wird mega lange dauern Die Frage ist, ob ich noch genug Wappen dafür überhaupt habe Wir schauen gleich einfach mal nach Wir machen jetzt erstmal noch weiter In dem Part machen wir noch Trainer Und schauen wir mal im nächsten Was wir dann noch so machen werden Zu wem müssen wir ihn denn mit Yamato wieder Kann ich mein Training hier eigentlich wieder Einlocken Also Cancel all Habe ich schon mal gerade alles geconcelt im letzten Part Äh, warte mal Oh, ich muss gegen den kämpfen Gabumon hat er schon Bam Und Garumon Und Wehreger Oh Nice Das war aber nix Mein Freund Leomon hat alles gepownt, ey Weil wir das richtig hoch gemacht haben Oh, ich hab das richtig Bock zu digitieren, ne Boah, geil, ey Sabaleo Boah, was braucht ihr denn dafür Davon 15 Davon 15 Davon 15 Von Licht Und von Mut Die Unfair Das ist ja Voll Unfair Warte mal Reicht das für Grämon? Nein Uns fehlen drei Wappen dafür Ah Das tut weh Ah nein, nein, nein Stop, stop, stop Data Center Trained Quick Count 16 16 16 Okay Okay Wie toll ist der nächste Drei Und noch Machen wir einfach mal weiter Mit Kenta Hallo Kenta Kennta, ne Den Kenta Kenter, oder? Pau War da heftig Wie er abgeht jetzt Break den jetzt nochmal Auf jeden So meine lieben Freunde Aber wir machen jetzt hier Kurzen Break Sorry für diese kurze Folge Aber Ja Noch ein paar Geschäfte Zu erledigen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns In diesem Video Von Time of Frontiers Ciao